Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einem neuen Overwatch Guide, oder so ein Versuch zumindest. Und zwar dreht sich diesmal alles hier um diesen feinen Kerl Hanzo. Hanzo ist der Bruder von Geijin und ist ein Fernkämpfer, quasi eine Art Scharfschütze. Mit Pfeil und Bogen. Hanzo hat schöne Fähigkeiten, nämlich den Sturmbogen. Das ist quasi seine Primärwaffe. Damit verschießt er Pfeile auf anvisierte Gegner. Das Ganze kann er noch quasi ein wenig aufpimpen mit dem Streupfeil. Dazu zerschießt er halt wieder einen Pfeil, wo die Spitze in mehrere kleine Teile zerbricht, die von Objekten abprallen und mehrere Gegner gleichzeitig treffen können. Dafür machen sie aber nicht so einen großen Schaden. Dann kann er noch den Sonarfeil verschießen, mit dem er quasi ein Gebiet markiert. Und alle Gegner, die sich darin aufhalten, werden quasi sichtbar gemacht für ihn, dass man ihn länger aufspülen kann. Ist eine schöne Sache, ist quasi fast so wie die Ulti vom Widowmaker, nur um das für ihn gilt. So, und den Drachenschlag hat er natürlich noch eine der nervigsten Ultis im ganzen Spiel, wie ich finde. Denn er schießt einen großen, wirklich großen, breiten Drachen quer durch die Map. Und alle, die da drin, die von ihm gestreift oder getroffen werden, fallen tot um. So, das dazu. Ich habe noch keinen weiteren Skin. Ich hatte mal diesen hier auf dem... Na, als es noch in der Beta war, hatte ich diesen schönen Charakter mal. Leider nicht mehr. Hier, so hätte ich ihn gerne. Sieht nämlich ziemlich schick aus. Aber ich muss noch mit der normalen Variante spielen. Und deswegen suchen wir uns doch auch gleich mal ein Spielchen raus mit Hancho. Dem Yuten. Mal gucken. Ich bin jetzt, wie gesagt, ihr kennt das ja, nicht so der Fernschütze. Hat man bei Widowmaker gemerkt. Und hier wird man es garantiert auch wieder merken. Aber dennoch hoffe ich, dass ich alle Attacken einmal zeigen kann, Minimum. Und vielleicht eine gar nicht so verkehrte Spielweise hinlege. Oh. Ja, ist jetzt ja nicht gerade die perfekte Map, aber... Machen Sie sich bereit zum Angriff. So, wo ist er? Hancho, 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 da ist er. Zack. Ich hoffe, der Rest des Teams gleicht sich dementsprechend ein wenig an. Er ist halt schon sehr Hightech, wie man hier so sieht. So, jetzt haben wir einen Tank. Noch mal ein Miede-Didi. So, jetzt wird nur noch ein Heiler. Oh, ein Unterstützer in dem Fall. So. Hier kann ich ja mal ein bisschen zeigen. Zack. Einzelfall. Das ist das Anvisieren. Und hier haben wir den... ...coolen Schuss. So, Hallöchen. Hallo. Freunde der Sonne. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Ein Augenbrauch für meine Meditation. Das wäre doch nicht nötig gewesen. So. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin der Meinung, der konnte auch mal klettern. Ich habe Verstand. Und so, gucken wir mal. Haben wir da irgendwo ein paar Spieler? Hier ist keiner. So. Na, komm wieder raus, mein Kleiner. Oh, ja, 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 ja. Der hat gut reingehauen. Ich nehme den Punkt ein. Ich benötige Unterstützung. Seht, was unsichtbar ist. Schade, keiner da also hat. Verrecke doch mal, du scheiß Vieh. Jetzt ist er gerade in Deckung gegangen. Ui, dreckig um die Ecke. Aber ich glaube, wir haben schon gut Schaden gemacht. Hier, guck mal. Wir haben ihn, glaube ich, oft genug verletzt. Nur leider nie einen Kopfschuss hingekriegt. Aber egal, komm. Ich werde meine Ehre wiederherstellen. Hier richtig so, mein Freund. So, Ulti. Gucken wir, wenn wir alles treffen. Kein, schade. Ist er weggegangen? So. Oh, gibt's doch nicht. Oh, haben wir den oben gar nicht getroffen? Oh, der war aber auch gut. So, komm. Ich muss meinen Namen reinwachen. Ich muss hier meine Ehre als Spieler freispielen. Komm, ich versuch's mal hier oben. Hier kann man doch, glaube ich, auch lang. So, ein, eines. Hey, yes, langer Schatz. Hey, yes, langer Schatz. Hey, yes, langer Schatz. Schnell. Schnell. Ah, Mist. Jawohl, Junge. So muss das laufen. Schnell durch. Okay. Ah, shit, ey. Du. Treff ich demnächst einmal hier? Nö. Der Drachenschlag kann Bastion, was, wie, wo. 60 Sekunden. Ui, jetzt müssen wir uns aber beeilen. So, ich stehe mal hier lang. In Deckung. Der ist weg, wie's aussieht. Boah, das sind ein bisschen viele Geschütze, hab ich das Gefühl. Ein, zwei da. Das ist zu viel. Da oben drei, vier. Boah, was. Ich denke mal, da haben wir keine Chance. Da müssen wir gleich nochmal eine neue Map spielen. Ey, ich will ja auch ein bisschen was zeigen können. Nicht ein Kill, Alter. Ja, richtig mies. Da läuft der Drache. Guck mal, ein, zwei Geschütze plus drei Torben. Alter. Wo soll ich da bitte was zeigen können? Ist doch unfair. Ja. Ja. Ja, der Tank war gut. Der kriegt ein Sternchen von mir. Und jetzt versuchen wir nochmal eine Map. Einfach, weil wir es können. Ist mir egal, wie lang die Folge wird. Ich will noch ein Match. Außerdem kriege ich dann mal ein paar Punkte wieder hier. Immer noch Level 21, auf dem ich hier rumgumble. Ist ja auch nicht gerade das wahre, ne? Aber ich habe zu viel um die Ohren. Irgendwie klappt beim Internet momentan alles nicht so. Deswegen. Hänge ich da ein bisschen hinterher. So, komm. Gib it. Gib it in. Hancho. Vielleicht können wir ja diesmal ein bisschen durchwaschen. Cola mit K. Micshift. Indmü. Field Strong. Spiotrek 108. Klingt also so ein bisschen schwedisch. Bis auf Cola. Cola mit K. Jeder Tod bedeutet Ehre. 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 Bedeutet Erlösung. Versuch da draußen nicht in die Schusslinie zu laufen. Mischt, verdammter. Na egal. Ich bin es leid zu warten. Seid gegrüßt. Schauen wir mal noch. Hallo. So, wir werden von da oben, glaube ich, schön gekonnt schießen. Das dachte ich mir. Oder vielleicht von da drüben. Mal gucken. Wo haben wir denn eine bessere Einsicht? Ich glaube, von hier. Zehn Sekunden kommen die eh erst. Ich muss ja auch in Deckung gehen können. So, komm schon. Von da. Na komm mit deinem Öffchen. Was geht mit euch? Was geht mit euch? Noch einmal von vorn. Ich muss doch hier mal was zeigen können. Haltet sie vom Punkt weg. Ruhig, Braune. Haltet sie vom Punkt weg. Das war, glaube ich, die falsch. Aber ich habe wenigstens einen gekillt, wie es aussieht. Na egal. So. Den Kill haben wir schon mal hingekriegt. Haltet sie weg. Alle zum Punkt. So. War ja logisch. Neue Verteidigungsposition. Zielpunkt B. Gucken, ob wir von hier was ausrichten können. Zenyatta ist hier. Jetzt wäre natürlich eine Passion hier viel cooler, aber egal. So, der baut sich da schon auf. So, der hat leider halt zuerst sehr langsam. Ab große Pläne bis hier. So, komm schon. Da kommen wir ja nie ran. So, glaube ich, ein bisschen Schaden gemacht. Kein Schnee von gestern. Jippie. Alles gut, der Loch von dir. Ja. Ja, wenigstens. Ne, habe ich nicht erreicht. Ging dir auf meine Schippe doch. Wenigstens auf meine Schippe. Gula. Gula. Ihr könnt mich von meiner Mission abbringen. Seht, was unsinnig ist. Das ist eure gerechte. Achtet auf mein Geschütz. So. Wo ist er denn? Wir müssen ja hier echt aufpassen, ey. Oh shit. Dumme Tracer rennt hier drin rum. Schaut mit den Augen. Meine alternative Fähigkeit ist bereit. Ich danke, dass wir sie aktiviert. Da sind sie. Die Stunde hat geschlagen. Ah, schüttet er. Ah, schüttet er. Sag dem Totenweber, es gibt Arbeit. Naja, schön, die Ulti gezündet. Hat er verdient hier. Hat er verdient hier. Definitiv. Ich weiß nicht, wohin ich schieße. Ich weiß nicht, wohin ich schieße. Ach, Mist, verdammt da. Die sind aber echt gut. Ich habe heute echt Pech, glaube ich. Oh, egal. Aber wir haben ja schon mal ein bisschen was gesehen von dem. Ist ja auch schön, auch wenn wir halt verloren haben und zwar ein richtig Haushof. Ist ja echt noch weggeswitscht, ne? Egal. Ist nicht schlimm. Ihr habt was gesehen und darauf kam es ja auch nur an. Der war auch echt gut. Sagt mir trotzdem, was er von dem Charakter haltet. Meine spielerische Leistung nehmen wir mal nicht mit rein. Aber so habt ihr hoffentlich was gelernt. Wie gesagt, runter in die Kommentare. Däumchen und ein Abo nicht. Da lassen wir noch. Ich habe mir sehen, dass wir das nächste Mal wieder. Bis dahin.